Scholz gedemütigt. Nach diesem Interview steht Olaf Scholz wirklich schlecht da. Ehrlich gesagt, ich habe das nicht erwartet. Er wurde regelrecht auseinandergenommen, nicht nur bezüglich Cumex. Es ist eine Schande, dass Olaf Scholz seine bisherigen Leistungen so vehement beworben hat. Es ist eine totale Eskalation und dass Armin Laschet so hart durchgreifen kann, ist wirklich beeindruckend. Bevor wir zum Interview und den Höhepunkten kommen, würde ich fast behaupten, Olaf Scholz wurde noch nie so vor einem Millionenpublikum bloßgestellt. Es geht besonders um den WK-Fall. Überall taucht Olaf Scholz, Name immer wieder in den Akten auf. Jeder weiß, dass etwas nicht stimmen kann. Zumindest wird viel darüber spekuliert, wie stark er in diese Konflikte verwickelt ist. Es ist sehr auffällig, dass die beiden größten Skandale immer wieder Spuren zu haben scheinen, die mit der SPD oder eben auch mit Olaf Scholz zu tun haben. Bevor wir fortfahren, teilen Sie unbedingt dieses Video weiter. Und eine Frage. Sie müssen sich das Video unbedingt bis zum Ende ansehen. Gerade auch diese beiden verschwundenen Laptops. Was ist damit eigentlich passiert? Haben Sie das mitbekommen? Gerade im Kumex-Skandal sind Laptops mit sensiblen Daten verschwunden. Auch darüber wurde bisher noch nicht berichtet. Was will man uns hier also verschweigen? Es beginnt vor allem mit dem ersten Punkt. Ein Olaf Scholz, der sich natürlich bestmöglich verkaufen will. Und jetzt kommt die Abrechnung von Armin Laschet. Halten Sie das auch für eine beeindruckende Leistung? Es ist wirklich erstaunlich, wie Sie selbst in diesem Fall, wenn eine Staatsanwaltschaft in Ihr Ministerium kommt und Untersuchungen durchführt, solch eine Verharmlosung betreiben können. Sie haben die Aufsicht über Geldwäsche. Sie haben diese Institution. Wir haben übrigens in unserem Wahlprogramm stehen, weil wir diese Defizite kannten, diese Institution ins Bundeskriminalamt zu integrieren und nicht dort, wo sie jetzt ist. Und Sie sagen, wir haben immer mehr Mitarbeiter, es wird aber immer weniger aufgeklärt. Und es wird so wenig bei der Geldwäsche aufgeklärt, dass ein Staatsanwalt sagt, ich brauche hier weitere Informationen. Und dann ein Richter verfügt, dass eine solche Durchsuchung stattfinden kann. Und daher, Herr Scholz, war das unangemessen, dass Sie abfällig über die Justiz geredet haben. Das ist unangemessen. Das machen Populisten in anderen Ländern. Wenn die kommen, müssen sie sagen, hier, ich lege alles offen und Ihnen nicht vorschreiben, wie Sie zu arbeiten haben. Und jetzt geht er richtig nach oben. Er explodiert förmlich in dieser Sendung. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, der überall viral gegangen ist. Vorher, wie getroffen steht Olaf Scholz wie ein Schuljunge dort? Ich finde es so amüsant, wirklich so ungewöhnlich amüsant, dass ich dieses Interview mehrmals sehen musste. Und ganz ehrlich, schreiben Sie mir gerne mal Ihre Meinung zu Armin Laschet in die Kommentare. Man kann viel von ihm halten, aber in diesem Moment hat er so richtig losgelegt. Und wenn es der eine Fall jetzt wäre, wo Sie keine Verantwortung übernehmen wollen für den nachgeordneten Bereich, den Sie haben, ist es ja nicht der erste Fall. Bei Virecard haben Millionen Kleinanleger sehr viel Geld verloren, weil sie nicht die Aufsicht richtig ausgerichtet haben, die das hätte überprüfen müssen. Dafür tragen sie Verantwortung, nicht sie persönlich, weil sie jeden Tag da am Schreibtisch sitzen und Aufsicht üben. Aber als Minister haben sie, wie jeder andere Fachminister auch, dafür zu sorgen, dass die Aufsichtsbehörde, die es gibt, ihren Job macht. Und wenn man sich ja überlegt, beim Virecard-Skandal sind ja zwei Milliarden in der Bilanz einfach weg gewesen. Irgendein Treuhänder, der dann irgendwie nicht existierte. Dann hatte man auch noch eine Bewertungsfirma, die vorher auch noch das Gütesiegel draufgepackt hat, dass da eigentlich alles in Ordnung sei. Also eine riesige Verstrickung. Jetzt erst finde ich sehr spannend, bevor wir jetzt zum dritten Teil gehen, dass ein Mitarbeiter ja angeblich die Identität eines anderen angenommen haben soll. Also auch das fand ich sehr lustig. Ob da was dran ist oder ob das einfach nur ein Identitätsdiebstahl war, man weiß es nicht. Es ist meiner Meinung nach interessant, vor allen Dingen, dass Olaf Scholz sowohl beim Kumex-Skandal als auch bei Virecard in führenden Positionen war. Also politischer Natur. Das heißt, da ist die große Frage, warum kann er sich an nichts erinnern und hat er eventuell sogar dort noch andere Verbindungen? Viele spekulieren darauf, dass er tatsächlich zu wenig getan hat. Und bei Virecard? Gerne mal Ihre Meinung dazu in die Kommentare. Das war ein totaler Verlust für viele Aktionäre, die sich darauf verlassen haben, weil gerade auch Politiker teilweise gesagt haben, das ist das Zukunftsuntermemen, das ist das PayPal aus Deutschland. Und wer jetzt denkt, das war schon die Abreibung. Die nächsten zwei Minuten werden nochmal richtig krass. Dementsprechend unbedingt teilen und mir Daumen nach oben geben. Nicht eingreifen und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, sage ich Ihnen, wenn mein Finanzminister so arbeiten würde wie Sie, hätten wir ein ernstes Problem. Und der dritte Punkt, Kumex. Da haben kriminelle Geschäfte dazu geführt, dass manche sich zweifach vom Staat Geld erstatten lassen haben. Das ist inakzeptabel. Man muss nicht Ausgaben erhöhen. Man muss erst mal.